Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier Abtropffarbe vom letzten Bild, die habe ich einfach von dieser Folie mit einem Löffel heruntergenommen und in diesen Becher getan. Und hier habe ich frisch angerührte Silberfarbe, die werde ich jetzt benutzen, um das Kissen zu machen, für die Blumentechnik oder Kissentechnik. Und dann habe ich hier Violett, das Violett von Vallejo und da hinzu habe ich Pigmente gegeben. Diese Künstler-Glanzpigmente in Blau-Grün und dazu nehme ich noch das Gold und als Zellaktivator Paints Grey mit Vinylkleber. Ja, dann fange ich an. Zuerst meine Abtropffarbe. Zuerst mein Abtropffarbe. Zuerst. Zuerst meine Abtropffarbe. n Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020